Heute eine Sonderausgabe des Green Corner. Wir sind heute in Warschau. Nur ein paar Kilometer von uns entfernt findet gerade die 19. Internationale Klimakonferenz statt. Rebecca, was erwartest du dir von dieser Konferenz? Ich erwarte, was ich bei jeder COP erwartet habe. Es darf hier in Warschau nicht die Tür zugeschlagen werden für die Möglichkeit auf ein international verbindliches Klimaabkommen. Nicht nur der Delegierte von den Philippinen weiß, worum es geht. Viele Menschen auf der ganzen Welt und auch in den 190 Delegationen, die sich hier treffen, wissen, dass wenn wir Verantwortung für unsere Welt in der Zukunft übernehmen wollen, dann müssen wir endlich ehrgeizige Klimapolitik machen. Trotzdem sieht es irgendwie nicht so aus. Das Gastgeberland Polen ist das beste Beispiel dafür, dass den Regierungen im Moment der Klimaschutz nicht ganz so wichtig ist. Wie beurteilst du die Rolle Polens in diesen Verhandlungen? Die polnische Regierung ist wirklich eine, in Anführungsstrichen, Zumutung für alle diejenigen, die verantwortliche Politik und ernsthafte Klimastrategien wollen. Es ist unerträglich, dass die wichtigste Veranstaltung, die Polen, die die polnische Regierung ausrichtet, dass das eine Veranstaltung zur Zukunft der Kohle ist. Es ist nicht richtig, wenn das Gastgeberland der internationalen Klimakonferenz auf der offiziellen Homepage sich als klimaskeptischer Teilnehmer, Gastgeber dieser Konferenz outet. Auf der anderen Seite halte ich es für ein großes Problem, dass viele andere Nationen, die sich nicht so richtig outen, dass die gerne sehen, dass die Polen sich hier zugunsten einer überkommenen Kohleidee die Hände schmutzig machen. Gutes Stichwort andere Nationen. Die Europäische Union besteht ja nun aus 28 Mitgliedstaaten. Wie ist da im Moment die Lage? Hast du das Gefühl, da gibt es noch diesen Konsens für Klimaschutz oder wackelt das auch so ein bisschen? Ich habe ja schon gesagt, viele andere Nationen, auch gerade europäische Staaten, verstecken sich hinter der Rolle, die Polen gerade spielt, um den internationalen Klimaschutz zu bremsen. Dazu gehört zum Beispiel auch Deutschland. In Deutschland werden gerade die Bedingungen der großen Koalition ausverhandelt und Deutschland will mit dem Klimaziel für 2030 hinter das eigene Klimaziel für 2020 zurückgehen. Völlig absurd. Auch andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, spielen im Moment keine Treiberrolle für guten internationalen Klimaschutz. Mir wurde gesagt, dass Großbritannien hier von den Europäern noch eine positive Ausnahme ist. Aber das Wichtigste ist, dass von dieser Führungsrolle, die die Europäer lange für sich beansprucht haben beim Klimaschutz, dass von dieser Führungsrolle nichts übrig geblieben ist. Und das muss sich von Warschau bis Paris unbedingt ändern. Die nächste Klimakonferenz findet 2015 in Paris statt. Spätestens dann brauchen wir verbindliche internationale Abkommen zum Klimaschutz. Was kann die Europäische Union, aber auch was kann das Europäische Parlament, was kannst du als Europaabgeordnete bis dahin tun, dass eben nicht der ganze Klimaschutz den Bach runtergeht? Zuerstens glaube ich, wir müssen weiter dafür sorgen, dass die Klimawissenschaft, dass das IPCC-Board der Vereinten Nationen ernst genommen wird mit seinen Empfehlungen. Klimawandel ist menschengemacht und wir haben auf der anderen Seite auch Möglichkeiten, das zu begrenzen und tatsächlich die Erderwärmung bei 2 Grad zu stoppen. Zweitens, damit wir das schaffen, müssen die Europäer insgesamt tatsächlich die positiven Möglichkeiten einer Klimastrategie aufgreifen. Das ist ja auch das, was wir hier in unserer Konferenz in Polen gerade zu setzen versuchen. Klimaschutz ist nicht nur eine Last. Ja, das ist nichts, wovor Arbeitnehmer oder Menschen, die hier in Polen leben, Angst haben müssen. Klimaschutz eröffnet, wenn man in eine neue Energiestrategie einsteigt, wenn man auf Energie und Ressourceneffizienz setzt, dann eröffnet das die Chancen auf Innovation, die die europäische Wirtschaft, die europäische Industrie auch wirklich braucht. Wir brauchen bis Paris den politischen Willen für Klimaschutz und für die ökologische Transformation in der Europäischen Union das Gold zu geben. Dankeschön. Vielen Dank.